Schön, dass du da bist zu dieser Meditation für tiefe Entspannung und einen ruhigen, erholsamen Schlaf. Diese Meditation wird dir dabei helfen, deinen Geist zu entspannen, loszulassen von den Ereignissen des Tages. Und ganz sanft einzuschlafen. Mach's dir richtig gemütlich in deinem Bett und finde eine angenehme Schlafposition. Wenn es für dich bequem ist, leg dich gern auf den Rücken. Deine Arme liegen ganz entspannt neben dir. Schließ sanft deine Augen. Erlaub dir, diesen Tag gehen zu lassen und alle Gedanken, die gerade noch da sind, loszulassen. Tauche ein in die Stille. Nimm einen tiefen Atemzug ein durch die Nase und atme lang durch den Mund wieder aus. Sehr schön. Finde nun zu deinem natürlichen Atemrhythmus. Nimm wahr, wie mit jeder Ausatmung die ganze Anspannung des Tages deinen Körper verlässt. Atme ein und atme aus. Entspann dein Gesicht. Dein Kiefer. Deine Schultern. Entspann deine Arme und deine Hände. Deine Beine. Deine Beine. Deine Füße. Deine Augen werden ganz schwer. Spür die Entspannung in deinem gesamten Körper. Einatmen und ausatmen. Lass los. Erlaub deinem Geist, zur Ruhe zu kommen. Und spür, wie sich die Entspannung langsam in deinem ganzen Körper ausbreitet. Lass dich fallen und sinke immer tiefer in ein Zustand vollkommener Entspannung. Spür, wie du immer schläfriger wirst und in einen tiefen, ruhigen Schlaf sinkst. Die Gedanken in deinem Geist kommen zur Ruhe und ziehen wie in Zeitlupe an dir vorbei. Die Gedanken werden immer kleiner und unbedeutender. Du sinkst noch tiefer in die Entspannung. Du sinkst noch tiefer in die Entspannung und du spürst eine innere Wärme. Du bist vollkommen entspannt und zufrieden. Je tiefer du in die Entspannung sinkst, umso schwerer wird dein Körper und umso ruhiger wird dein Geist. Du lässt dich immer mehr fallen in einen wundervollen, tiefen Schlaf. Du wirst ganz schläfrig und bist vollkommen entspannt. Du sinkst immer tiefer in die Entspannung. Dein Körper wird ganz schwer. Dein Körper wird ganz schwer. Dein Körper fühlt sich warm und schwer an. Du wirst müde. Du wirst müde. Es gibt absolut nichts mehr zu tun. Tauche ein in die Ruhe, du bist sicher. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer. Lass die folgenden Affirmationen auf dein Unterbewusstsein wirken und vertrau darauf, dass dich genau die Worte erreichen, die in diesem Moment die richtigen für dich sind. Ich habe heute mein Bestes gegeben. Mein Bestes ist immer gut genug. Dieser Tag ist nun vorüber und ich bin hier. Ich bin dankbar dafür, dass ich zur Ruhe komme. Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen entspannt. Ich lasse alle Gedanken an diesen Tag und an mich selbst liebevoll gehen. Mit jedem Atemzug tauche ich tiefer ein in Ruhe und Entspannung. Mein gesamter Körper ist vollkommen entspannt. Ich lasse alle Erwartungen an mich selbst gehen. Ich bin ruhig, sicher und geborgen. Die Nacht ist meine Zeit, um Ruhe zu finden und um zu heilen. Die Nacht ist meine Zeit, um Ruhe zu finden und um zu heilen. Es fühlt sich gut an, vollkommen still zu sein. Das Leben meint es zu jeder Zeit gut mit mir. Ich darf loslassen und vertrauen. Mein Leben wird mit jedem Tag schöner und erfüllter. Ich gebe mich vollkommen hin und ich gebe jede Kontrolle ab. Im Schlaf finde ich Geborgenheit und Heilung. Ich bin genau dort, wo ich sein soll. Ich bin genau dort, wo ich sein soll. Ich vertraue darauf, dass das Leben mich führt. Ich sinke in einen tiefen, erholsamen Schlaf mit positiven Gedanken über mich und mein Leben. Ich bin liebenswert und wundervoll. Genauso wie ich bin. Ich vertraue meiner inneren Stimme. Ich fühle mich vollkommen wohl und geborgen. Ich sinke in einen friedlichen, heilsamen Schlaf. Ich habe heute mein Bestes gegeben. Mein Bestes ist immer gut genug. Dieser Tag ist nun vorüber und ich bin hier. Ich bin dankbar dafür, dass ich zur Ruhe komme. Ich bin dankbar dafür, dass ich zur Ruhe komme. Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen entspannt. Ich bin vollkommen entspannt. Ich lasse alle Gedanken an diesen Tag und an mich selbst liebevoll gehen. Mit jedem Atemzug tauche ich tiefer ein in Ruhe und Entspannung. Mein gesamter Körper ist vollkommen entspannt. Ich lasse alle Erwartungen an mich selbst gehen. Ich bin ruhig, sicher und geborgen. Ich bin ruhig, sicher und geborgen. Die Nacht ist meine Zeit, um Ruhe zu finden und um zu heilen. Es fühlt sich gut an, vollkommen still zu sein. Das Leben meint es zu jeder Zeit gut mit mir. Ich darf loslassen und vertrauen. Ich darf loslassen und vertrauen. Mein Leben wird mit jedem Tag schöner und erfüllter. Ich gebe mich vollkommen hin und ich gebe jede Kontrolle ab. Im Schlaf finde ich Geborgenheit und Heilung. Ich bin genau dort, wo ich sein soll. Ich vertraue darauf, dass das Leben mich führt. Ich sinke in einen tiefen, erholsamen Schlaf mit positiven Gedanken über mich und mein Leben. Ich bin liebenswert und wundervoll, genauso wie ich bin. Ich vertraue meiner inneren Stimme. Ich fühle mich vollkommen wohl und geborgen. Ich sinke in einen friedlichen, heilsamen Schlaf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020